Der Drasch! Deы!!! Deы!!! De... Deы... Deидыéisと思います! De 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 dé 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 D Because of xD Wieder die 3 dabei ne? Aber das ist auch ne schöne Map. Oh, wie sind wir das einziehen? Cruiser 3. Na ne, ist ein T2er. UC2PDR. Ey, schon scheiß Panzer. Ich ging aber auch, als ich den Cruiser 3 gesehen hab. Könnte ein T3er sein. So, warte, jetzt hören wir mich wieder besser. Äh, holen wir uns in der Mitte, den Berg? Von mir aus gerne. Leg' dir los! Heiß schnelles Ding, du. Der Medium 2 hier. Langsam, langsam. Yay, 5 Minuten. Langsam, aber sicher. Ja. Das sind immer so riesig, die Garten-Teile. Heiner? Heiliger, oh what? Ja, Felix. Ja. Auch eine T2 Light. Das war nochmal. Ich steh schlecht. Auch eine BT2. Die T2 Light. Ist natürlich daneben. Habt euch den Berg. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh der ist so ich komme nicht ran mit sich viel besser als ich aber hier mal ein bisschen vor gucken was er abgeht auch schon ein dritter ich versuche mit der mann der eluminium zu ergattern ja da hinten steht eine pz ich finde ich stehe hier nicht schlecht das ist hier extrem gut wollen wir langsam vorpreschen ja moment er wenn du mir die jetzt seh war es nicht au es gibt jetzt was für das server doch da der cruiser oh gott was da alles ist der h35 das ist eine hotchkiss man blätter durchschuss ich fing leckte das ist der t6 ich werde mal ein bisschen hüte gebrauchen hier ist sowieso ein behindertenpanzer hab ich schon getötet der auf die kreise konnte du hund du irgendjemand schießt der auf mich ach was ist der helle oh gott dank aber der war der einzige der auf mich schießen konnte das ist uncool mein bildschirmsignal ist auf einmal weg jetzt kamen wieder reich zu decken hat bei aqua auch geäupt den haben wir fertig gemacht aqua ich rette dich ich rette dich ich sehe sie nicht mehr das ist alles bei uns unten ne dann fahren wir hin und hin eigentlich könnten wir runter fahren ne ja vielleicht würde ich noch ein paar kills machen hier fahren wir hier mal durch den vorgarten von den typen wenn ich jetzt noch zwei krieg dann haben wir glaube ich hier waffen brüder brauchst du nur einen ich bräuchte noch zwei für krieger oder du halt einen für waffen brüder ziele fast gut dass ich auch recht schnell bin bereit zu feuern und da ist die m ist ein zweck ziel verloren die m ist 1 hat sie nie eine große chance b wo sind die zwei leid ich weiß nicht was der macht oder hinter mir ist was feuer erlaubt ist erteilt quattro lol bist du hä wo meinst du rums neben mir explodiert was komm schon mach du die c2 leid ich mach dir den jagdpanzer die c2 leid ist da irgendwo rechts ja genau hast du schon gefunden nein ein kill vom krieger jan breche mich machs double kill jetzt instant sofort den schnapp ich mir jetzt kriss das du hund schütte ihn jawoll noch wenigstens waffen brüder ja waffelt waffelt ja glaube ich habe gerade das match gerettet oder so ja mich gerecht ja hat jemand von uns premium nähe ne kann jetzt glaube ich endlich auch die munition von meinem jagd aber von meiner jagdpz mal komplett auffüllen ich bin letztens mit vier schuss ins match gegangen oh haben wir gewonnen ich habe 13.000 erfahrung auf der pz